Hey Leute, ich bin der Finn und heute machen wir uns auf bei StarCraft nach München. Ich bin gespannt, ein StarCraft 2-Event mit mir, ein WarCraft 3-Land. Das wird sicher total lustig. Ja Leute, angekommen in München, beziehungsweise in Garching, der Parkplatz hier, das ist noch alles relativ weit entfernt von der Campus Kneipe, aber da mache ich mich jetzt auf den Weg und ich bin gespannt, ich habe schon ein paar Leute getroffen, zwei Leute, die ich kenne, aber gleich sind wir da. Ja, wir stehen gerade beim Rauchen, wie war das für das Spiel? Erzähl mal, ich fand es wieder so spannend, es stellt sich natürlich vielen Leuten die Frage, die ganz wichtig ist, wo war der Blade Master? Ich habe ihn gesehen, in jedem Spiel, in jedem Spiel, in jedem Spiel, immer in der Base, in jedem Spiel. Ich bin nicht hören gegangen, ich muss den Weg machen, bis gleich. Sag mal, hast du den Blade Master gesehen? Nein. Auch nicht? Nein. Hast du den Blade Master gesehen? Der erste Blade Master. Hast du den Blade Master gesehen? Damals im WC3. Aber jetzt meine ich. Nee. Auch nicht. Kannst du mir sagen, wo der Blade Master ist? In Wokas. Ich bin jetzt hier mit dem Mike, das ist der Organisator von BarCraft, riesen Event, supergeil. Ja. Wie viele Leute sind gekommen? 250 gleichzeitig mal drin. Und über den Abend verteilt mit Leuten, die kommen und gehen, die sagen, 300 haben wir locker geknackt. Wann gibt es denn das dritte BarCraft-Trainage? Wir versuchen, einen zweimonatigen Takt zu halten, jeden Monat ein Event. Wir wollen BarCraft trainieren, BarCraft trainieren. Vielen Dank für das tolle Event. Und jetzt muss ich natürlich auch mal eine Frage stellen. Wo ist der Blade Master? Tja, die Hero-Einheiten des Mothership. Ich weiß nicht, ob du den vergleichen kannst, aber... Okay. Ich suche ihn den ganzen Tag schon, ich finde ihn einfach nicht, ja. Keine Sache. Bis dann. Ja, das war BarCraft in München. Ich bin erstaunt. Waren ja doch sehr viele Leute da. War lustig. Ich kenne mich zwar immer noch nicht in StarCraft aus, aber das ist ja ganz egal. Den Blade Master konnte ich leider auch nicht finden. Wunderschön, ich verabschiede mich einfach mal. Tschau. Video. Ich konnte keinen Blade Master finden, wie auch BarCraft. Ich muss das dritte Mal aufgeben. Habe ich los, aber nein, das ist normal. Bis dann, wie auch BarCraft. Putzза